halli hallo mein lieben homies willkommen zu einer weiteren tagesquests von access wie immer habe ich mit räder gesprochen wir sollen die waren finden und zurückholen und das werden wir natürlich auch machen so sehen und lawiner sind auch hier am start ich würde mal sagen ich gehe los und lass die beiden mal alleine hier sollte ich unendetig bleiben ich gehe auf jeden fall direkt hier runter ja wir sehen mal die zeit wie lange ja wie man es jetzt gesehen hat aber das ist egal war ja gar nicht gleich oder was manchmal war ja gleich sein am drittig ja da aber da ist ja wo die sonne da ist so warm hat jedermann so ein stich das ist normal naja da wollen wir mal nicht böse auf dem sein stimmt endlich das war's in dem gelände das war's in dem gelände das ist auch noch hier ein leichter schock oh was nachher kommt ach hätte ich mal nicht gedacht ah geil hier schieß ihn guck dir das einfach nur blöd an ich werde dich mal wirklich zu sehen naja egal so jetzt sollen wir mit räder sprechen benutzen dann direkt wieder hinbeam so wie ich scotty das sieht natürlich wieder gut aus so heute kommt auf jeden fall eine folge und folge gott wo sie auf jeden fall jetzt erstmal weiter spielen weil wie gesagt ich hab das voll vernachlässigt mit dem livestream muss ich näher gucken ich weiß nicht ob ich das schaffe wir lassen uns überraschen aber ich will nichts versprechen so dann bringen wir die sachen auch zu rädern ich kann sagen wir sind wir dann nehmen mal beide male hat sehr schön wo bist du ich glaube ich habe umsonst ich glaube ich habe umsonst also wieder waren los ne weil es war und ist einfach so so schön eklig macht keinen spaß und ich bin irgendwie erkältet verdammt nochmal aber du wirst nie auf mich zu überraschen bei ein weiteres zepter zepter des party die seltene zepter ok dankeschön weder meine lieben homies bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen und sage bis zum nächsten tagesfest auf wiedersehen